Kirche im Kampf gegen Aids. Diesen Aufruf hat sich die afrikanische Tanz- und Musikgruppe KKU zur Aufgabe gemacht. Durch traditionelle Tänze und Trommelmusik will die Gruppe die Menschen neben Heimatland Tansania erreichen und das tabuisierte Thema Aids öffentlich ansprechen. Derzeit ist die Gruppe auf Einladung der Europaregion Tirol in Südtirol auf Tournee. Afrikanische Gesänge und Trommelschläge geben im Kolpinghaus Meran den Ton an. In Südtirol wollen die Tansanier ihre Kultur präsentieren. Der Tanz stellt die Lebenssituation von Menschen in Ostafrika dar. Die Tänzer und Trommler veranschaulichen das Leben auf dem Land, das Beten um Regen, die Ernte. Mit ihren Auftritten in ihrer Heimat verfolgt die Gruppe KKU ein anderes großes Ziel. Die Mitglieder der Tanz- und Musikgruppe wollen die Bevölkerung über Aids informieren. Aids ist ein sehr großes Problem in unserem Land. In Tansania leben 43 Millionen Menschen und zwei Millionen davon sind an Aids erkrankt. Mit Kakao wollen wir die Leute über Aids aufklären. Die Gruppe Kakao existiert seit dem Jahr 2000. Mehrere Mitglieder gehören dem Kolpingwerk Tansania an. In Afrika wird das Thema Aids von der Gesellschaft nach wie vor stark tabuisiert. Deshalb will die Gruppe Kakao durch Tanz und Gesang die Menschen erreichen. Mithilfe künstlerischer Darbietungen, Informationsmaterial und Diskussionen sollen die Menschen in Afrika aufgefordert werden, sich testen zu lassen. Außerdem erfahren die Menschen, wie das HI-Virus übertragen wird und wie man sich davor schützen kann. Die meisten Tansanier haben keine Zeitungen. Sie haben nicht die Möglichkeit, sich durch das Internet zu informieren. Die beste Möglichkeit, Aufklärungsarbeit zu leisten, ist, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Wir benutzen die Musik, die alle verstehen können. Die Gruppe Kakao ist bereits über die Grenzen Tansanias bekannt. Die Mitglieder haben für ihr Engagement Preise erhalten. Die Trommler und Tänzer sind stolz auf ihre Arbeit und froh, dass sie sie ausüben können. Ich mag diese Arbeit sehr. Dadurch habe ich so viele Chancen bekommen. Ich hätte nie zu träumen gewagt, Europa zu bereisen und jetzt konnte ich dies bereits sechsmal machen. Ich bin sehr beeindruckt. Mit ihrer Aufklärungsarbeit ernähren sie ihre Familien zu Hause in Tansania. Die Mitglieder der Tanz- und Musikgruppe begreifen es als ihre Aufgabe. Das Trommeln und Tanzen gegen Aids ist ihre Mission. Zur Stunde tritt die Gruppe Kakao im Kolpinghaus Meran auf und morgen sind die Tänzerinnen und Tänzer und die Trommler ab 19.30 Uhr im Kolpinghaus Brunneck zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Gruppe würde sich aber über eine freiwillige Spende zugunsten der E-Zhilfe freuen. Uns gibt's morgen wieder. Für heute noch einen schönen Abend.